heute sind wir an Tivoli im berühmten Tivoli in Freiberg hier wo die Putis ihr allererstes Konzert hatten hier unten geht es übrigens zum Schloss das Konzert was wir heute Abend besuchen sollte eigentlich im Schloss im Schlosshof stattfinden der Aufführung von Carmina Burana und hier ist der Schlosspark das können wir jetzt hier nicht sehen der Schlosspark und die großen Stadtteiche sehr schön hier sehen wir mal was alles los ist vom Programm her Pankow bis zuletzt Abschiedstour Südemannhain, Heinz, Groß Springsteenabend Tanz im Ballsaal und so weiter und so fort jetzt gehen wir mal rein ich geh mal vorbei ne wunderbar, danke Herr Börner ne gerne doch danke naja, wichtig, wichtig auch wenn es genau nicht ist, dass wir plötzlich die Klappe an Tivoli ist ja, aber trotzdem super, danke danke so, jetzt sind wir hier drin Sternkombomisen Lavend, Lavend 60 Jahre Stern haben wir erst erlebt auf der Küschwaldbühne beim Sachsendreier Remft hat man vorhin berichtet Steffi, ich hatte vorhin über Remft erzählt, hier siehst du es jetzt so, das war auch der erste Eindruck jetzt geht es wieder nicht aus so, jetzt ist Teil 2 in, nach der Garderobe, nach der Bar das sind natürlich fantastische Aufnahmen hier mit Maschine, Dieter Börr Remft Cäsar natürlich hier Cäsar schaut euch an leider viel zu früh verstorben Gerhard Schöne, Eric Burden and Animals Raib Manche nennen wir nicht Tamaradans Klaus Remft Kumpel Tamaradans City Swingertrio Sachsendreier nochmal Elektra Mampel Sachsendreier mit Sternen Meisen Lift Elektra Char Dante Klaus Remft Klaus Remft Klaus Remft Klaus Remft Klaus Remft Klaus Remft Es ist natürlich faszinierend, wieder im Tivoli zu sein, auch wenn heute keine Rockmusik kommt. Es ist natürlich faszinierend, wieder im Tivoli zu sein, auch wenn heute keine Rockmusik kommt. Es ist natürlich faszinierend, wieder im Tivoli zu sein, auch wenn heute keine Rockmusik kommt. Es ist natürlich faszinierend, wieder im Tivoli zu sein. Musik 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 Musik